Jo, meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei Anna Extended Editions, wo wir das letzte Mal ja nicht weitergekommen sind. Und ich muss euch vorweg ganz kurz sagen, ich werde dieses Spiel nicht mehr weiter let's playen, nicht mehr weiter spielen, denn, wie soll ich sagen, ich habe die Lust daran verloren. Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen spannender und ein bisschen besser vorgestellt, als wie das hier jetzt. Und ja, darum, keine Ahnung. Von der Grundidee ist es vielleicht nicht schlecht gemacht, von der Grafik her, ja, ist es auch akzeptabel überhaupt hier draußen. Das Grüne hat mich auch sehr fasziniert, aber ich muss ehrlich sagen und gestehen, dass das kein Spiel für mich ist. Und ja, ein Let's Play sollte Spaß machen, wenn man es let's playen will. Und deswegen bringt es sich auch nichts, wenn ich jetzt sage, ja, ich mache hier irgendwie weiter noch. Erstens, ich kann sowieso hier nicht, ich komme sowieso hier nicht weiter. Und ja, und zweitens bringt es sich das nichts, wenn ich mich jetzt dazu zwinge, hier noch weiterzumachen. Darum beende ich dieses Let's Play hier. Und ja, mein erstes Let's Play, was ich einfach so beende, weil das Resident Evil Revelations haben wir ja durchgezogen. Und ja, das machen wir jetzt zu der Tür. Und ich würde mal sagen, wir konzentrieren uns auf ein neues Let's Play. Okay, was an diesem Tag, wo ihr dieses, wo ihr das Ende hier von dem Anna seht, wo ich das auch gleich online stellen werde. Deshalb vielen Dank trotzdem für die Zuschauer, die es eventuell zugeschaut haben. Vielleicht, ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, vielleicht wollt ihr es ja weiter sehen. Wenn es euch genauso nicht interessiert hat wie mich, dann passt es hier, dass ich jetzt aufgehört habe. Nur ich will mich jetzt nicht durchquälen und keine Ahnung. Ich habe auch schon gedacht, dass ich vielleicht mir einen Lösungsvorschlag suchen werde. und dass wir hier schneller vorankommen. Ihr wisst sicher bei drei Bildschirmen. Also ich vielleicht auf dem linken oder auf dem rechten Bildschirm irgendwie die Lösung offen halte. Aber nee, so bin ich auch nicht. Wenn ich ein Let's Play spiele, dann will ich es blind spielen. Okay, bei 1954 Elka Dress habe ich keine andere Möglichkeit mehr gehabt. Aber das hat mich auch mehr interessiert als wie das hier. Darum, wie gesagt, ich gebe ihm auch keine Chance mehr im Spiel, weil mich interessiert es einfach nicht. War eine Fehlinvestition, aber was soll's. Jo Freunde, dann wünsche ich euch noch was und bis dahin. Tschüss. Huch, was war das jetzt? Naja, macht nichts. Tschüss.